naja sollten ja eigentlich noch ein freund gehabt haben vor dem kampf wir wissen ja dass wenn er jetzt einen super duper strahl angriff da macht dann sollten wir uns am besten in der ecke verkriechen und dann bekommen auch nicht so viel schaden magie was ist das das so pass auf jetzt bewegt sich naja gar nicht du bist hier du bist hierhin du bist hierhin dann warten wir alle ja einfach mal so kann das gern weitergehen jetzt müssen wir ja wenigstens wie was machen müssen jetzt müssen wir uns selbst natürlich heilen oh gott ich glaube dann wollen wir dann lieber auf den weg gehen ok wieder halten du bist da hin du bleibst hier du bist da hin du bist da hin du bist da hin ich glaube Jetzt tun wir mal wieder Und selbst heim Eric kann ruhig nen Schrank nehmen Wir können hier nochmal nen Trank nehmen Ok, jetzt wieder halten und wir gehen alle gemeinsam nach hinten in Sicherheit Hey Leute, warum ist sie da? Beric, die fliege völlig nach hinten hin Du möchtest wieder den Helden spielen, ne? Ja, das ist äh, noch schlimmer Und spielen wie immer den Helden Nein, oh, das ist so blöd Das ist sehr blöd Unsere einzige Hoffnung ist gar gestorben Ja, unsere Schwester darf da einfach nicht sterben Ansonsten ist es einfach nur noch schwerer Äh Leute Wenn nicht zufällig wird's da hingehen, oder? Geh mal, geh mal rein Doch, geh mal rein Ok Jetzt bleiben wir hier Isabella, komm her Da lädt sich wieder auf In der Zeit können wir Die feinen Kids Dringen Das ist äh Das ist ein bisschen blöd Ok Ich glaube wir holen nochmal unseren Mabari Und Ich hoffe einfach mal, dass es so besser funktioniert Eric Todt über Bella Todt Das können wir auch vergessen Das können wir auch vergessen Ja, der macht es uns nicht einfach Ok Wir müssen einfach alles dafür geben, dass Bethany den Kampf überlebt Bethany muss um jeden Preis überleben Was ist das hier? Ok Mabari nehmen wir direkt So Halten Alle gehen da hin Eric geht da hin Und wir gehen auch da hin Nenn mal Mabari am Besten auf Nenn mal Mabari am Besten auf Das wird Juckfang einfach gar nicht Juck den einfach so gar nicht Juck den einfach so gar nicht Van der Das wird Kommen 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 Ihr dürft euch bewegen. Nur Bethany nicht. Bethany sollte in Sicherheit bleiben. Oh Gott. Und Isabella vielleicht auch? Gott. Können wir Isabella noch mal heilen? Ich weiß nicht, was da davor hat. Wir können ihn auch nicht immer treffen. Das ist noch schlimmer. Dann kommt er wieder. Danke. So. Beric, du bleibst hier erstmal halten. Du, für dich ist der Weg kürzer. Dort hin. Isabella. Du musst leider hierbleiben. Und ich glaube, in dem Moment ist er halt schon sehr eingreifbar. So, was Ding ist. Bewegt euch. Seid kreativ. Habt Spaß, Leute. Hab'n überlebt. Ich hab'n bisschen Sorgen um Beric. Oh Gott. Alle. Hier. Hin. Aber mal. Dali-Dali. Ah, Isabella. Komm mit. dann mal ruhig aber das war noch blöder Oh Gott, das wird böse Scheiße Mann, genau das wollte ich verhindern, Leute Dass sie halt stirbt Man hat jetzt doch leider wahrgeworden Wo ist das, ey? Das ist aber einfach nicht so toll Jetzt müssen wir einfach alles drauf haben Alles was wir haben Und wir haben nicht so viele Tränke, wie ich gerne hätte Jetzt sterben wir sogar Und trotzdem sterben wir Mist Okay Okay Passiv, passiv Ball ist dick Ball ist dick Dämm Du bist so Dämm 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 So besser ist der Schläger. So, einfach mal ein bisschen hier abändern. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, Isabella ist tot, komm. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, Isabella ist tot. Und das hat ja mal gar nichts gebracht. Okay. Wie wäre es mit Standard? Ne, Schläger ist noch dummer. Dümmer. So, kommt Alien. Au. Der ist jetzt noch blöder, als es vorher schon war. Oh, ja. Ich bin ja mal very kind. Und ich selbst. Wow. Wir müssen halt schnell wieder in diese erste Phase gelangen. Aber jetzt hat es Sinn. Manche müssen halt auch hier mit denen irgendwo klar kommen. Ich bekle mich nicht. holidays, wirst du doch noch nicht aus. Du kommst nicht in die erste Phase gelangen. Ja. ja man es ist so hoffnungslos es ist so hoffnungslos es ist so hoffnungslos